Hallo. Hallihallo. Namen? Sarah Bachmann. Oder Sarah Macht. Spitzname? Sarah Litto. Okay, Lieblingsessen? Lasagne. Lieblingstier? Hund. Lieblingsband? Roxette. Immer noch? Ja, zwischen dir, now one republic. Lieblingsfarbe? Gell. Radio Zürich ist eh gell. Logo. Sarah Macht's gell. Das wird dich mal werden, wenn ich gross bin. Das, was ich jetzt bin. Moderatorin und Produzentin und Unternehmerin und Hundemami. Eine Macke? Hingernägelketschen. Machst du das? Ja. Eine Macke? Fingernägel, zeig mal. Ja, ich weiss. Ich hab nicht schön die Hand.